herzlich willkommen allen freunde zurück zu bzw zurück zu ne hier waren wir doch noch nie wir spielen nämlich super mario bros 35 wie ihr seht ich spiele das jetzt zum ersten mal besiege 20 gegner im 35 ok sind halt aufgaben das ist sowas ähnliches wie dieses multiplayer täters was es gibt was es mal gab ich weiß es gar nicht ist es weg hat es das jetzt hier abgelöst das könnte nämlich auch sein oh wir können hier ein symbol ändern können wir noch nicht wir haben nämlich noch nichts bis zum 5 spezialkampf ich würde sagen wir machen heute mal beides oder können dein spitznamen sowie deine statistik im spiel online veröffentlicht werden ok wähle ein level super ich glaube hier sind alle alten level von super mario bros ich bin gespannt ok oh gott ich habe überhaupt keine ahnung ne mein letztes mario schon ewigkeiten ne ich glaube das letzte war auf der wie auf der wie kann das hinhauen ah ne super mario maker aber da komme ich mit der steuerung irgendwie nicht ganz klar ich weiß auch nicht warum aber wir probieren das jetzt hier immer ok fertig oh gott los lauf also ok oh gott habe ich das schon lange nicht mehr gespielt leute ich weiß jetzt auch gar nicht oh gott mit mit y kann ich sprinten oh gott ich bin so lost ich bin echt schlecht oder oh cool das war ein leben oder so oh gott ich bin schneller geworden aber ich will erstmal groß werden super perfekt das heißt dieses x ah ah da bekomme ich irgendwas ach so ich hab stern ok ok ich oh gott leute ich erkenne gar nicht wann ich sprinte weil die animationen hier die sind so schlecht da drin achtung was ist wenn ich da bin oh gott es geht weiter oh gott leute ey ne ist das eigentlich so ein wett dran oh gott ach so acht zeit oh mein gott leute ich muss ja hier ich muss mich beeilen so dich mach ich platt wie immer noch 35 sekunden das aber oh gott da durfte ich nicht drauf oder was das ist natürlich ein fail leute ach guck mal ich hab aber schon was erfüllt ok ok ich darf da nicht drauf stufe 8 ok sehr schön neues symbol oh den fisch den koopa 23 achso und da sieht man es noch nicht ok sehr cool wir machen mal eben b hauptmenü das ist das ist echt cool das könnte mir echt gefallen und neben jetzt ich dachte wir hätten jetzt mehr symbole ach so ah den gummi halten wir auch wir nehmen den fisch wir nehmen den fisch ok dann machen wir mal jetzt so einen spezialkampf ein neuer spezialkampf ist verfügbar was sind spezialkämpfe diesen jeweils nur für begrenzte zeit verfügbaren modus kannst du eine bestimmte abfolge von level spielen es gelten die regeln der 35 spieler kämpfe jedoch werden besondere bedingungen hinzugefügt wie zum beispiel mit 100 münzen zu beginnen ok probieren wir mal einen aus leute probieren wir mal einen aus da ist ganz interessanter spiel tatsächlich gestern war auch der erste unitag der war richtig ja keine ahnung niemand wusste in welchen raum wir mussten wir haben dann alle vor der schule gewartet sind dann gemeinsam zum sekretariat gegangen die die konnten uns auch nicht helfen so läuft man ja was ist denn hier ziel anforderung ich habe keine ahnung oh gott oh gott leute ich bin aber auch schlecht es tut mir wirklich leid weißt du das wisst ihr das es tut mir wirklich leid dass ich so schlecht heute bin beziehungsweise ist auch das erste mal dass ich hier mario äh das hier spiele kacke weißt du mich gleich schon sterben das ist gar nicht gut ok oh gott gib mir bitte was was gibt es nicht oh ein stern ein stern ist natürlich sehr schön aber ich weiß immer noch nicht was hier jetzt hier die herausforderung ist steht das hier irgendwo ne ne nicht nicht dass ich es wüsste wir sind jetzt auf jeden fall hier ah und weiter geht es schon gerade die wenigste zeit das wäre ja krass oh gott ey oh gott ey gib mir bitte ein item oh gott oh sehr nice sehr gut ah guck mal ich kann nicht schießen oh gott ok das war es mit dem schießen das ist aber sowas von oh nein ist mir runter gelaufen das ist so ein fail oh ich sehe gerade unten wir waren noch nicht sehr weit wie ich das sehe sehr schön ok der spezialkampf war jetzt nichts besonderes aber ich würde sagen wir können noch ein paar runden hiervon machen ah guck mal wir haben neue level freigeschalten dann machen wir mal das hier da 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 ach kommen dann nur leute mit dem level dann ein oh dann wählt man doch meistens doch eh das erste oder hm obwohl mach dich bereit dann heißt das wir haben alle wahrscheinlich ist ja cool oh ja tatsächlich äh lauf so läuft man ok ahhh das ist immer dann das level ahhh ok ok ich verstehe wieso war der eine da so weiß auf jeden Fall einer ist schon tot finde ich auch lustig so dich nehmen wir auch mal mit zack 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 oh easy peasy gott ich wollte grad springen aber mit b springt man das finde ich echt noch seltsam aber so können wir browser junior nicht mehr weg machen ach gott ist das ein fail das ist doch schon wieder so ein fail aber ich rutsche da auch gefühlt irgendwie kann man springen und runter ne ok oh gott weg weg mit euch danke ok es hat nichts gebracht oh oh nein ne man wieso bin ich denn so trash kann ich rein ne kann ich nicht oh gott noch 10 sekunden oh gott schnell rein oh gott das level kann ich nicht hahaha ich bin doch richtig trash hahaha wir enden 30 level ja sehr schön 10 wuhu kugelbillies super ach ne ah nochmal ach gott das war echt das war wirklich schlecht ich spiel das erste level aus oh gott spielersuche ja genau zur Uni ne hab jetzt äh vom montag bis donnerstag bis 15 uhr aber ab 13.30 Uhr oder so darf ich eigentlich schon nach Hause gehen und dann ist das so eine selbstlernen Dingsibumsi äh ja mal gucken mal gucken ne ach man ey ja gut egal einer ist schon weg Leute einer ist schon weg so ich hätte jetzt ganz gerne zack ne Blume super und diesmal geh ich besser damit um ich verspreche es Leute ich verspreche es weg mit euch einfach nur weg sehr schön ach bin ich aber nochmal hoch gekommen zack 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 hier weg mit euch ihr werdet mich nicht nochmal weg machen wie Achtung willst du mich eigentlich ich hasse diese Ecke da was soll das verstehe ich nicht was soll das bitte so haben wir hier was oh ja ach ich ich kann nicht wieder zurück gehen oh das ist aber sehr interessant oh Gott weg bloß weg mit euch hier oh nein egal ich kann jetzt weit ach ich konnte springen sag mir das doch bitte ja 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 ich weiß Leute ich weiß aber anders geht das jetzt hier nicht das ist ja für mich auch Neuland und wieso hatten wir noch so viel Zeit das hat mich jetzt richtig irritiert ja gut Leute ne ich denke das reicht auch für so einen kurzen Einblick von Super Mario 35 vielleicht spielen wir das irgendwann nochmal wieder ich könnte es mir schon vorstellen äh Statistik gucken wir auch mal rein Gesamtspielzeit 5 Minuten Level gespielt 4 höchster Rang 15 Siege als erstplatzierter 0 mhm oh solche Statistiken oh ich liebe Statistiken Leute liebe ich sehr gerne Gegner besiegt Durchschnittsrang 19 ok Leute ja dann würde ich sagen das war es einfach mit dem Part und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bis dann euer Kamito haut rein und ciao 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 ciao